Du, Fridolin, Sophie, mir ist heiß. Das wollte ich gerade sagen. Mir ist brüllwarm heute. Ja, mich auch. Euch auch? Ja, da, guck mal, guck mal. Da, der nickt. Ja. Ja. Was machen wir denn heute? Weißt du was? Nee. Ich würde gerne irgendwo mit dir hingehen. Wo wir vielleicht ein kleines Eis schlecken können. Eis? Ja. Oh, wie lecker. Und wo wir, ganz wichtig, dass wir das mit Abstand auch machen. So. Ja, da müssen wir dran denken. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne zum Baden gehen. Aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Was würdest du denn mal baden? Na, ich habe doch mein Seepferdchen. Und ich würde ja gerne jetzt in den Ferien meinen Freischwimmer machen. Also Bronze. Bronze? Ja. Na, gute Idee, du. Aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Das ist bestimmt ganz voll da. Und wir müssen doch dran denken. Abstand halten. Ja, das ist vielleicht eigentlich auch ganz gut. Weil wenn du noch ein bisschen mit wartest, dann vielleicht ist dann auch, vielleicht dürfen wir dann auch schon wieder. Ja. Ich meine, eigentlich wollten wir ja diese Woche mit dem Wasserzoo ja ein bisschen auch weitermachen. Aber mir ist so warm, Frigelin. Ja, mich auch. Können wir nicht was anderes machen? Was ist das denn? Was ist das? Weißt du, was das ist? Ja, ich glaube, das ist, ich habe schon mal in den Text geguckt für heute. Das ist, glaube ich, Sigi Seestern. Sigi Seestern? Ja, Sigi Seestern. Was macht er denn mit so einem Seestern? Hat er Ohren? Kann man ihm was sagen? Sigi, du bist nächste Woche dran. Sigi. Sigi. Ja, vielleicht sucht er seinen Freund. Wer ist das denn? Das sieht doch aus wie so ein Seepferdchen. Guck doch mal. Du hast doch dein Seepferdchen, du. Ja. Dann erkennst du das doch. Dann weißt du das doch. Ja. Wie hieß der noch? Henry. Henry, das Seepferdchen. Oh. Diese Woche lassen wir uns das mal ein bisschen gut gehen bei dem Wetter. Und Teil 2 von Sofis Wasserzirkus, äh, Wasserzirkus, Wasserzoo, das gibt es nächste Woche. Ist versprochen. Ja, und heute wollen wir nicht ein bisschen rausgehen, Fridolin. Wir können doch mal irgendwo so im Stadtwald oder im Bürgerpark, wollen wir ein bisschen da spazieren gehen. Vielleicht sehen wir ja Tiere, Vögel, Insekten. Sigi, schieb mal ab. Sigi. Du meinst, Vögel und so Zeug? Ja. Lass uns doch ein bisschen da hingehen. Und dann können wir noch auf den Spielplatz gehen. Ja, aber wir möchten ja bald spielen. Auch dringend. Ja, den nehmen wir mit. Ja. Und ihr und sie lassen sich das gut gehen. Und nächste Woche geht es weiter. Und danach haben wir schon was ganz Neues. Wollen wir das verraten? Oh, das ist was mit, ein bisschen was mit Gruseln. Mit Gruseln? Ja. So ein bisschen, ja. Das mache ich total gerne. Dann bin ich gleich der Erste, der weg ist. Ach so. So, wir sind jetzt auch weg und wir wünschen ein schönes Wachenende und noch schöne Ferien. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.